Special News! Ab dem 2.01.2023 werde ich alle zwei Wochen immer am Montag einen Blender Speed Model posten. Ich werde alle zwei Wochen ein 3D-Modell bauen und als Zeitraffer mit Musik hochladen. Das gerenderte 3D-Modell werde ich dann auf Artstation hochladen und den Link in die Beschreibung packen. Vielleicht kann ich den einen oder anderen von euch dazu inspirieren auch ein paar Speed Models zu machen. Vielleicht können wir sogar eine Challenge durchführen. Bis nächste Woche also und natürlich wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten bzw. ersten Video und ein gutes neues Jahr voller Blender und anderen Projekten.